herzlich willkommen zu einer neuen folge aus der serie heilpraktiker wissen kompakt heute zum thema warum bin ich ein hypochonder mein name ist dirk schüppel ich bin inhaber der heilpraktiker akademie deutschland und würde gerne mit euch heute so ein zwei facetten zu diesem thema besprechen wollen also erstmal was ist eine hypochondrische störung eine hypochondrische störung ist eine störung die wenn ich betroffener bin mich dazu führt dass ich sehr stark geängstigt sein kann weil ich mir vorstelle an einer tödlichen krankheit zu leiden ich habe möglicherweise auch symptome beispielsweise kopfschmerzen deutet die aber nicht direkt als kopfschmerz sondern ich habe das gefühl ich habe einen gehirntumor oder ich leide an krebs oder an als also es handelt sich immer um erkrankungen die dann auch zum tod führen und die frage ist warum entwickelt sich so was in uns auf der einen seite kann ich schon mal sagen dass die hypochondrische störung ganz ganz stark zugenommen haben warum erstens weil wir das internet haben also das heißt vielleicht hast du dich selber auch schon mal dabei beobachtet wie du ins internet gegangen bist wie du ja wirklich gegoogelt hast zu den symptomen die du da möglicherweise hast und irgendwie ist es so dass immer sehr sehr schwerwiegende erkrankungen dabei auch rauskommen können wir nennen das ja oder die ärztinnen ist auch gerne dr google dr google ja ist natürlich nur begrenzt richtig deswegen ist es immer wichtig dass wir auch zum arzt gehen und wirklich einmal das klären aber das entscheidende ist wenn ich an einer hypochondrische störung leide und ich gehe zu einem arzt und der sagt mir es ist alles in ordnung dann hilft mir das kurzfristig aber es bauen sich wieder nach und nach weitere ängste in mir auf so dass ich wieder auf dem gleichen angstpotenzial bin was ich vorher schon mal gehabt habe als es beruhigt mich nicht jetzt ist eine deutung die ich euch gerne mitgeben möchte und vielleicht könnt ihr euch mal fragen ob das für euch auch stimmig sein kann ist aus der tiefen psychologischen therapie dass menschen die an einer hypochondrische störung leiden oder menschen auch die körperliche schmerzen haben an einer sogenannten somatisierung störung leiden aber es gibt keine ursachen die ärzte finden nichts dass das thema einsamkeit ein ganz ganz großes thema für diese menschen sein kann also das heißt die tiefen psychologische deutung gibt uns hinweise darauf dass ich durch schmerzen durch symptome oder durch die beschäftigung mit einer krankheit ich mir unbewusst das mache ich ja nicht bewusst unbewusst ein gegenüber schaffe damit ich die einsamkeitsgefühle die für mich viel heftiger sind viel schwerwiegender sind was somit das schlimmste ist womit wir konfrontiert sein können damit ich die nicht so stark spüren muss also ich schaffe es durch die mögliche erkrankung die ich mir vorstelle eine art gegenüber zu schaffen um mich damit zu beschäftigen um selbst meine einsamkeit nicht mehr so stark zu spüren schaut einfach mal ob das ob ihr das nachvollziehen könnt dass einsamkeit eben auch viel damit zu tun haben kann